Hallo, Anni! Hallo, Kikerninchen! Wollen wir uns eine Geschichte ansehen? Oh ja! Eine Waldgeschichte! Also, das Eichhörnchen feiert Geburtstag. Und alle haben eine schöne Party organisiert. Oh, toll! Geburtstag! Aber das Eichhörnchen ist ja ganz alleine. Wo sind denn alle? Leider ist das Eichhörnchen so vergesslich, dass es vergessen hat, wo seine eigene Party ist. Oh nein, das arme Eichhörnchen. Jetzt hat es niemanden, mit dem es feiern kann. Als nächstes geht es ins Maisfeld. Oh je, da ist es besonders schwierig, die Freunde zu finden. Wollen wir hingehen und ihm helfen? Oh ja! Hallo, Eichhörnchen! Alles Liebe zum Geburtstag. Komm, wir suchen deine Freunde. Ja, los, komm! Ich höre Musik! Stimmt! Da geht's lang! Da sind deine Freunde! Deine Überraschungsparty, liebes Eichhörnchen! Oh, wie toll! Jetzt lass uns feiern! Ja! Deine Überraschungsparty! Da sind die Freunde! Da! 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 Untertitelung des ZDF, 2020